Wünsche brauchen den sicheren Hafen einer starken Gemeinschaft, um in Erfüllung zu gehen. Das Team der Warnholzimmobilien GmbH ist dieser Hafen. Wir bringen Menschen und Lebensträume zusammen. Mit Leidenschaft und Erfahrung an Bord nehmen wir Kurs auf Erfolg mit voller Kraft voraus. Denn nicht ein Haus ist der schönste Luxus, sondern ein Zuhause. Wir sind überzeugt, dass herausragende Ideen und Visionen dann am besten gedeihen, wenn sie von einer Gemeinschaft getragen und gelebt werden. Bei der Warnholzimmobilien GmbH stehen Ihnen deshalb stets die Kompetenz, die Kreativität und das Service eines engagierten Teams zur Verfügung. Durch uns gewinnen Sie Freiräume. Ihre Veränderungen werden leichtfüßig gemeistert. Atmen Sie durch, denn wir begleiten Sie zuverlässig durch eine spannende Zeit. Als Interimsmanagerin muss ich flexibel sein. Ich komme immer dann zum Einsatz, wenn ein Unternehmen kurzfristig eine Managementposition neu besetzen oder ein Projekt schnell umsetzen muss. Eine gute Beratung an einem Makler, der mir genau zuhört, ist deshalb besonders wichtig. Innerhalb von nur zwei Wochen organisierte mir Warnholzimmobilien eine Wohnung, die alle meine Bedürfnisse voll erfüllte. Unsere Philosophie kommt nicht von ungefähr. Sie ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung und unserer tiefen Verwurzelung mit Hamburg und seiner Umgebung. Und so sehr, wie wir unsere Heimat lieben, so genau wissen wir auch, dass ihre Veränderung, ihr Anliegen an uns mit vielen Fragen und Gefühlen einhergeht. Durch Warnholz-Immobilien wurde mein Objekt kompetent und schnell vermittelt. Innerhalb nur wenigen Tagen hatte Herr Warnholz aus seinen vorgemerkten Kunden einen passenden Mieter gefunden. Er hat sich um alles gekümmert und am Ende musste ich nur den Mietvertrag unterschreiben. Ich kann Herrn Warnholz und sein Team als Immobilienmakler nur empfehlen. Deshalb sind wir für Sie erreichbar. Vor allem, wenn es wirklich wichtig ist. Das weitbekannte hanseatische Verantwortungsbewusstsein ist tief in uns verankert. Doch darüber hinaus bedeutet uns unser Beruf noch deutlich mehr. Leidenschaft bei der Erfüllung Ihres Wohntraums. Ob Kauf, Verkauf oder Vermietung. Unsere Strategie ist maßgeschneidert, ohne auf einen gut systematisierten Prozessablauf verzichten zu müssen. Das schenkt uns die Möglichkeit, Ihre Wünsche optimal zu berücksichtigen. Sie profitieren von maximaler Sicherheit und Transparenz. Ihre Wünsche sind für uns maßgebend. Ihre Anforderung an uns ist einzigartig. Genauso wie die perfekte Lösung dafür. Wir treffen die beste Auswahl für Sie und sorgen dafür, dass Ihr Wohntraum zum Genuss wird. Während der gesamten Zeit hat Herr Warnholz all unsere Fragen beantworten können. Und wir sind sogar den Mietvertrag im Detail durchgegangen. Und wann immer wir ein Anliegen hatten, stand uns das gesamte Team von Warnholz Immobilien zur Verfügung. Und ich weiß noch nach dem Einzug, da haben wir sogar ein kleines Willkommenspräsent bekommen. Von Anfang an bis zum Schluss haben wir uns wohl gefühlt. Einfach in guten Händen. Hand aufs Herz. Ja, wir leben vom Immobiliengeschäft und ohne Abschlüsse geht es nicht. Doch im Wesentlichen basieren Kauf oder Verkauf, Anmietung oder Vermietung einer Immobilie vor allem auf einer erfolgreichen Zusammenkunft, einer gelungenen Begegnung von Menschen. Nur so kann ein langfristiger und fruchtbarer Erfolg heranreifen. Für Sie, für uns, für alle. Nehmen Sie mit uns Kurs auf Ihren Lebenstraum. Wir freuen uns auf Sie. In diesem Sinne sind wir nicht nur passionierte Immobilienkaufleute, sondern mindestens ebenso begeisterte Netzwerker. Manchmal auch schlichter oder einfach nur gute Zuhörer. Womit wir wieder bei unserem Eingangsgedanken gelandet wären. Wir erfüllen Ihren Lebenstraum.